Musik So, hallo zum heutigen Video mit Brechtelbohr und Jack82700 Das ist ja, genau, das ist ja die Auflosung von unseres Gewinnspiels Und hier seht ihr auch schon die Ergebnisse eingeblendet Sechster Platz für SADFB Ähm, ja Der fünfte Platz geht an Der vierte Platz an Der dritte Platz an Der zweite Platz geht an Moment 15.032.001 Und der erste Platz ist Luh7 Entschuldigung, danke Weile Herzlichen Glückwunsch an euch Und für die, die jetzt nicht das haben, was sie sich erwartet haben Es gibt sicherlich nochmal mehrere Windspiele in Zukunft Ähm, da könnt ihr natürlich auch wieder mitmachen Ähm, wir rechnen so mit einem, vielleicht so gegen Weihnachten Ähm, ein Weihnachtsspiel Ja Jetzt Genau, also hier seht ihr auch nochmal der erste Platz, ähm, eben Luh7 bekommt die Thunder Gold Der zweite Platz das gesamte Drachen Outfit Also wir haben das jetzt nochmal ein bisschen geändert im Video, weil wir haben doch noch mehr Sachen übrig gehabt, also von den Codes her Darum können wir das, können wir den anderen, also den zweiten bis sechsten Platz mehr als nur ein Outfit teilgeben, sondern eben der zweite Platz ein gesamtes Outfit Dritter und vierter Platz bekommen den Drachenhelm und die Drachenflügel Und fünfter und sechster Platz die Drachenjacke und die Drachenhose Ja, ähm, die Codes werden euch entweder per YouTube geschickt, also schaut unbedingt in euren Posteingang Unbedingt, und schaut auch unbedingt dieses Video an Ich werde nochmal alle in Brickforce anschreiben, ähm, dass ihr euch dieses Video anschauen sollt Ähm, und vielleicht, äh, wenn ihr dann Skype habt, dann schickt einfach mal Skype Namen Dann schicken wir euch nochmal so zur Absicherung den Code über, äh, Privatchat, also Also, genau, addet mich auf Skype Mein Name ist auf Skype Brechtelbur, also Mit P-R-E-C-H-T-L-B-U-A Oder, äh, da Zerresburg 2, also D-A-Z-E-R-R-E-S-B-U-A-2 Genau War das alles? Mh, eigentlich Wollen wir noch was sagen? Nein, wollen wir nichts mehr sagen, oder? Nö, ähm, steht noch was auf dem Zettel? Nö, da steht nichts mehr, gut Ja Es gibt keinen Zettel Ähm, eigentlich ist das nur T-S, aber mir war langweilig Also eben, ich lese nochmal vor, 1. Platz Lusiven, 2. Platz 1-5-0-3-2-0-0-1 Ich will auch was sagen Ja Ja Hahaha, dritter Platz, A bei 0, 2, äh, vierter Platz, Winner, nein, 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 nur dreimal 9, dann fünfter, Yeti, sieben und sechster, Satzbier, Satzbier, genau, ähm, sonst gibt's jetzt nix mehr zu sagen, nö, ja, also lest, schaut unbedingt in euer YouTube-Postfach, da werden wir es einmal schicken. Heißt nicht Posteingang? Posteingang ist bei sich selber. Scheiße! Ja, ist das gleiche. Und ich schick's euch eben auch nochmal in Brickforce, dass ihr dieses Video anschauen sollt, ähm, und, und, oder, schrägstrich, also unschrägstrich, oder, mich auf Skype edit, damit ich's euch noch auf Skype schicken kann, sei es, warum auch immer, weil ihr auf YouTube irgendwie Kacke gebaut habt, weil ihr nicht wisst, wie ihr den Posteingang öffnet. Und dann noch zur allerletzten Absicherung senden wir es euch per Brickforce in die Mail, also. Genau. Keine Sorge. Gut, dann sagen wir auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.